Und damit kommen wir auch schon zu Nummer 12, das ist der Gehängte. Der Schein um seinen Kopf herum sagt, ich bin erleuchtet und zwar, weil er die Perspektive gewechselt hat. Er hat Erkenntnisse dadurch gewonnen, dass er die Welt aus dem Kopfstand betrachtet. Unerwartete Einsichten können zu jener Person kommen, die diese Karte zieht. Sie lässt sich fallen im Vertrauen darauf, dass sie dort ist, wo sie gerade sein soll. Dieser Mensch geht mit dem Fluss des Lebens nach dem Prinzip der Hingabe an das Göttliche, anstatt sich dagegen zu stellen. Manchmal bedeutet die Karte aber auch Verzögerungsprozesse. Denn Wachstumsprozesse in der Natur sind meistens langsam, doch wir Menschen wünschen uns alles jetzt sofort und möglichst schnell. Wer die Karte zieht, muss also vielleicht etwas Geduld haben. Aber vergiss nicht, Umwege sind oft eine Schutzmaßnahme des Universums vor unabsehbaren Folgen. Stattdessen lenkt das Schicksal dich, wie die BIM auf den Gleisen, nach einer weichen Umstellung auf neue Wege, die besser für dich geeignet sind. Lass dich fallen und überlasse die Details dem Universum. Und dann kommen wir zur Karte, die große Arcana Nummer 13, der Tod. Diese Karte ist dem Sternzeichen Skorpion zugeordnet. Der Tod ist im Tarot wie der kosmische Sperrmüllmann. Er trägt das Alte und Verbrauchte hinaus und macht Platz für Neues. Er beendet Situationen, Beziehungen und Verhältnisse, die uns nicht mehr guttun oder die ihren Zenit überschritten haben und für die es Zeit ist zu gehen. Er kann also sehr hilfreich sein, wenn man etwa auch aus einem toxischen Arbeitsverhältnis ausbrechen will, sich das Rauchen abgewöhnen will oder eine Beziehung, die von Untreue zerrüttet wurde, beenden will. Der Tod kommt, um denjenigen, der die Karte zieht, einen Stein von den Schultern zu nehmen. Eine Belastung, die er oder sie nicht mehr mit sich herumtragen sollte. Der Tod ermöglicht damit eine Transformation im großen Stil. Er ist gesichtslos, denn er ist nur eine Tür in eine andere Welt oder in ein besseres Leben. In der IT würde man sagen, der Tod leert den Kasch und löscht alle Cookies aus dem Browser, damit die Rechenleistung wieder schneller läuft. Oder er setzt die Festplatte deines Lebens komplett einfach neu auf. Natürlich ist es nicht immer einfach, sich von Personen oder Dingen zu verabschieden. Manchmal gehört ein Trauerprozess beim Abschied mit dazu. Aber sobald die Transformation abgeschlossen ist, kann man zurückschauen und sagen, ja, es war richtig, so wie es war. Der Tod führt damit stets zu einer Art Wiedergeburt. Und damit kommen wir zu den nächsten beiden Karten.